Hallo miteinander, wie viele von euch beschäftigt mich der Kirche in der Ukraine auch stark, dass die Zivilbevölkerung dringend Unterstützung braucht auf ihren sehr gefährlichen Fluchtkorridoren. Und zwar könnte man da sehr einfach Hilfe bringen mit Kleidrohnen für Film- und Fotoufnahmen. Die können aber auch gebraucht werden zur Dokumentation von Kriegsverbrechen. Zusammen mit Dronefactory haben wir ein Produkt aufgeschaltet im Store von Ihnen, der linke ist unten eingeblendet. Und da kann jeder Spend machen. Es ist aber auch möglich, dass er eure eigene Drohne spendet. Dort aber unbedingt kurz Kontakt mit uns aufnehmen. Ich bitte jeden von euch, bei diesem Projekt mitzumachen. Die königliche Bevölkerung braucht eure Hilfe. Ganz herzlichen Dank und einen guten Start.